Musik Letzten Monat habe ich dich in der kleinen Stadt im Norden besucht, wo du jetzt wohnst. Es ist eine hässliche, graue Stadt. Das Meer ist nur wenige Kilometer entfernt, aber du fährst nie hin. Als du die Tür aufmachtest, erkannte ich dich erst nicht wieder. Später erzählte mir die Frau, mit der du jetzt lebst, dass du fast gar nicht mehr gehen kannst und auch, dass du nachts ein Gerät benötigst, um Luft zu bekommen, ohne dass dein Herz stehen bleibt. Denn es kann ohne Hilfe, ohne die Unterstützung eines Apparates nicht mehr schlagen, will nicht mehr schlagen. Als du aufstandst, um zum Klo zu gehen und dann wieder zurückkamst, da konnte ich es sehen. Da brachten dich diese zehn Meter zum Keuchen. Du erklärtest, du littest unter einer schweren Form von Diabetes, dazu noch das erhöhte Cholesterin. Du könntest jederzeit einen Herzstillstand erleiden. Davor hattest du dich wegen etwas operieren lassen müssen, das die Ärzte einen Eingeweidevorfall in der Bauchhöhle nannten. Davon hatte ich noch nie gehört. Allein schon mir all das zu beschreiben, brachte dich außer Atem. Deine Lungen verloren den Sauerstoff, als hätten sie einen Leck. Dein Körper ist für sich selbst zu schwer geworden. Dein Bauch hängt zu Boden, er zerrt zu stark, zu heftig an sich selbst. So stark, dass er innerlich zerreißt, dass er unter seinem eigenen Gewicht, seiner eigenen Masse zerreißt. Du bist gerade mal über 50. Du gehörst zu jener Kategorie von Menschen, für die die Politik einen verfrühten Tod vorgesehen hat. Du hast keine Ausbildung gemacht. Möglichst früh von der Schule abzugehen, war für dich ein Männlichkeitsbeweis. Ein Mann sein. Das heißt, sich nicht wie ein Mädchen, wie eine Schwuchtel aufführen. Wer sich den Regeln der Schule, der Disziplin unterwarf, den Ansprüchen und Erwartungen der Lehrer, der musste entweder ein Mädchen sein oder machte sich einer abweichenden, unnormalen Sexualität verdächtig. Männlichkeit zu konstruieren bedeutete, sich ein anderes Leben zu versagen, eine andere Zukunft, und ein anderes gesellschaftliches Schicksal, das durch eine Ausbildung möglich geworden wäre. Kein Geld, keine Ausbildung heißt, keine Reisen, keine Träume verwirklichen. Um dein Leben zu beschreiben, stehen der Sprache nur Negationen zur Verfügung. Dein Leben beweist, dass wir nicht sind, was wir tun, sondern im Gegenteil sind, was wir nicht getan haben. Weil die Welt oder die Gesellschaft uns daran gehindert hat. Weil etwas über uns gekommen ist, das Didier Heribault Urteile nennt. Schwul, Trans, Frau, Schwarz, Arm. Und diese Verdikte bewirken, dass gewisse Lebensentwürfe, gewisse Erfahrungen, gewisse Träume unerreichbar sind. Danach befragt, wofür in ihren Augen der Begriff Rassismus steht, antwortet die amerikanische Intellektuelle Ruth Gilmore, er bedeutet für bestimmte Teile der Bevölkerung das Risiko eines verfrühten Todes. Diese Definition gilt ebenso für männliche Vorherrschaft, für Homophobie, Transphobie, Herrschaft einer Klasse über eine andere, für alle Phänomene sozialer oder politischer Unterdrückung. Begreift man Politik als die Regierung von Lebewesen über andere Lebewesen und gehören die Individuen jeweils Gemeinschaften an, denen sie zugewiesen wurden, dann besteht Politik in der Abgrenzung jener Bevölkerungsteile, die ein komfortables, geschütztes, begünstigtes Leben genießen, von solchen, die Tod, Verfolgung, Mord ausgesetzt sind. Einmal wurde im Herbst die jährliche Unterstützung, die jede Familie bekommt, um Schulsachen für ihre Kinder zu kaufen, Hefte, Schultaschen, um 100 Euro erhöht. Du warst verrückt vor Freude. Du riefst im Wohnzimmer, wir fahren ans Meer. Und wir stiegen alle zu sechs in unseren Wagen, ein Fünfsitzer. Ich in den Kofferraum, wie die Geisel in einem Spionage-Thriller. Ich liebte das. Der ganze Tag war das reinste Fest für uns. Bei denen, die alles haben, habe ich nie gesehen, dass eine Familie ans Meer fährt, um eine politische Entscheidung zu feiern. Denn für sie ändert die Politik so gut wie nichts. Das wurde mir klar, als ich fern von dir in Paris lebte. Die Herrschenden mögen sich über eine Linksregierung beklagen, sie mögen sich über eine Rechtsregierung beklagen, aber keine Regierung bereitet ihnen jemals Verdauungsprobleme. Keine Regierung ruiniert ihnen jemals den Rücken. Keine Regierung treibt sie jemals dazu, ans Meer zu fahren. Die Politik verändert ihr Leben nicht oder kaum. Auch das ist eigenartig. Sie bestimmen die Politik, obgleich die Politik kaum Auswirkungen auf ihr Leben hat. Für die Herrschenden ist die Politik weitgehend eine ästhetische Frage, eine Art, sich zu denken, sich zu erschaffen, eine Weltsicht. Für uns? Für uns ist sie eine Frage von Leben oder Tod. Vielen Dank, Sebastian Pass. Sebastian Pass ist Schauspieler am Volkstheater hier in Wien und Sie erlebten ihn jetzt in einem Probenstadium für die Rolle des Eddie aus Eduard-Louis im jüngsten Buch Wer hat meinen Vater umgebracht? Sozusagen eine Steilvorlage für die Diskussion des heutigen Vormittags. Vielen Dank, Sebastian. Als am 15., auch wenn das Haus nicht so wirkt, lassen Sie mich das sagen, ich bin Heike Müller-Merten, die leitende Dramaturgin des Hauses, hier wird immer noch Theater gespielt. Am 15. November kann das Volkstheater Wien und wir sind sehr stolz darauf, die deutsche Erstaufführung von der Theaterfassung des jüngst erschienenen autobiografischen Romans von dem jungen Intellektuellen Eduard-Louis zur Aufführung bringen. Eduard-Louis kehrt zurück in sein Milieu, in seine proletarische Herkunft, um gleichsam soziologische Betrachtungen anzustellen. Wir haben uns entschlossen, aus gegebenem Anlass darüber nachzudenken, mit Eduard-Louis, welche Verantwortung Theater, Kultureinrichtungen übernehmen können, sollen. Louis sagt, die Literatur hat die Pflicht, sich für die einzusetzen, die für sich selbst nicht kämpfen können. Und insofern erwarten wir in diesem heißen Herbst einen spannenden Theaterabend hier. und in Übereinstimmung mit Ilya Trojanow, dem Kurator und Moderator unserer Reihe Trojanow trifft, die heute zum neunten Mal stattfindet, das erste Mal in dieser Saison, sind wir übereingekommen, dass das ein sehr passender Prolog wäre für die heutige Veranstaltung. Ilya Trojanow muss ich hier in dieser Runde nicht begrüßen. Er ist bekannt als Autor, als Gesprächspartner, als linker, querdenkender Kopf. Der Gast für uns ist heute Julia Fritsche, die ihr jüngstes Buch Tiefrot und radikal bunt herausgebracht hat. Auch ein guter Titel, ein gutes Zeichen für den heutigen, nicht ganz bedeutungslosen Tag hier in Österreich. Ein Tag, der sicherlich auch für die, im Kleinen wie im Großen, über die Demokratie in Europa mitentscheiden wird. Insofern begrüße ich sehr herzlich, danke Ihnen, dass Sie gekommen sind zu diesem Vormittag und begrüße ganz herzlich Ilya Trojanow und Julia Fritsche. Ja, schönen guten Morgen. Dankeschön. Wir haben den Termin ausgemacht, bevor es zu gewissen politischen Veränderungen im Land kam. Deswegen war das nicht Absicht, dass wir gerade heute über eine neue linke Erzählung sprechen werden. Schönen guten Morgen, Julia. Hallo. Schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Glaubst du eigentlich, dass wir uns irgendwann mal erinnern werden oder uns fragen werden, wo warst du am 20. September 2019? Wird das so ein einschneidendes Datum werden? Der 20. September, der letzte Freitag, meinst du? Möglicherweise, ja. Wisst ihr, wissen Sie alle, was am 20. September passiert ist und worauf Ilya anspielt? Oder sollen wir es nochmal gerade sagen? Wer weiß alles, was gemeint ist? Okay, vielleicht liegen wir falsch mit unserer Annahme. Also offensichtlich ist der Tag nicht so wichtig. Gut, nächste Frage. In Österreich war der 27. Stärker. Aber weltweit? Gemeint ist der Freitag, an dem nicht nur die Schülerinnen und Schüler gestreikt haben für das Klima, sondern auch die Erwachsenen erstmals dazu aufgerufen waren, mitzustreiken. Ich bin persönlich mit einigen Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk in München, wo ich lebe und arbeite, tatsächlich dort auf den Königsplatz gegangen, auf einen zentralen Platz und man schätzt, dass da so 50.000 Leute waren ungefähr. Aber ob wir uns daran erinnern werden, ich glaube schon, dass es eine der großen Bewegungen der nächsten Zeit ist, aber neben anderen Bewegungen, glaube ich, wie der Frauenbewegung, die gerade ja auch weltweit mobilisiert und unter anderem mit dem gleichen Mittel auf die Straße geht, nämlich mit dem Streik. Und zum Beispiel in den spanischsprachigen Ländern total stark ist und 2018 sind 6 Millionen Frauen in Spanien auf die Straße gegangen am Weltfrauentag. Also ich setze sehr viel Hoffnung in beide Bewegungen. Aber das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Also in Deutschland 1,4 Millionen Menschen an einem Tag auf der Straße. Das ist ja schon ein Schritt, nicht nur in die richtige Richtung, sondern ein Schritt zur Mobilisierung. Das heißt, das, was du ja auch in deinem Buch immer wieder ansprichst, weg von der Lethargie, von der Apathie, von der Entmutigung hin zu einer Ich tue jetzt mal was. Ja, ich glaube auch. Und ich setze da sehr viel Hoffnung auch in eine Generation, die tatsächlich noch ein bisschen jünger ist als wir und auch noch ein bisschen jünger ist als ich. Ich bin so Mitte 30 und ich bin noch groß geworden in Westdeutschland der 90er. Da gab es keine Alternativen. Es gab nur eine Erzählung, das war die kapitalistische, aber wir hatten gar keinen Namen dafür, weil das war so ein Normalzustand, dass ich das gar nicht benennen konnte. Und es war End of History. Und diese Generation jetzt gerade, die bei Fridays for Future auf den Straßen ist, aber auch die jungen Feministinnen zum Beispiel und junge und alte Asylhelferinnen, die, ich habe das Gefühl, die jetzt so 15 bis Ende 20-Jährigen, die sind anders groß geworden als ich. Also die sind, glaube ich, groß geworden mit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Die haben erlebt, globaler Wettbewerb bringt nicht das gute Leben für alle, sondern bringt Jugendarbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Migration, wegen Flucht, Klimakrise. Und was die auch erlebt haben, ist der arabische Frühling. Die haben das live auf Facebook und auf Videos miterlebt. Die Menschen erheben sich gegen die lokale und globale Ausbeutung. Sie haben erlebt, dass der globale Norden es den Menschen im globalen Süden nachmacht, mit Occupy Wall Street, wenn ihr euch erinnert, mit den Platzbesetzungen in den ganzen großen Städten. Und diese Jugend, die denkt, also große Teile dieser Jugend denken, wieder in Alternativen. Manche in Alternativen für Österreich oder Alternativen für Deutschland, Alternativen für eine bestimmte Volksgemeinschaft. Manche aber auch in Alternativen für alle mit einer globalen Verantwortung. Ich setze da echt viel Hoffnung rein. weil du über Generationen sprichst. Ich habe irgendwie den Eindruck, weil ich seit ein paar Jahren mich ziemlich intensiv mit utopischen Denken beschäftige, dass die Entwicklung der Utopien meistens von eher älteren Leuten dann tatsächlich ausformuliert wird. Während das das Auf-die-Straße-Gehen, der Protest, der Widerstand, die Revolution, die wird dann eher von den Jüngeren gemacht. Mir ist sukzessive aufgefallen, dass man, glaube ich, eine gewisse Weisheit braucht, um sich von der ganzen Ideologie, der Zurichtung, den ganzen Narrativen, die das eigene Denken, das eigene Heranwachsen besetzt haben, um sich davon zu befreien. Meinst du, da ist was dran? Du schaust ein bisschen skeptisch. Ich möchte da gar keine Grenze aufmachen. Ich glaube aber, dass es auch sehr von Vorteil sein kann, naiv im Sinne von neu geboren zu sein und zwar wirklich zu sagen, ich denke ganz neu über Dinge nach und ich betrachte auch diese Naivität nicht als etwas Läppisches, sondern ich begreife es als etwas wirklich Freies. Ich kann frei von der ganzen Ideologie, die uns umgibt, nachdenken und das meine ich auch mit dieser Jugend gerade. Die ist einfach unter anderen Bedingungen groß geworden als wir noch. Die haben nicht dieses Ende der Geschichte erzählt bekommen. Also ich möchte da wirklich überhaupt keine Trennung aufmachen. Ich glaube auch, dass die Mittelalten fähig sind zu Brüchen mit der Denkensweise. und setze meine Hoffnung da in die ganzen verschiedenen Generationen, oder nicht? Meinst du es ernst? Setzt du wirklich nur in die... Nein, 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 es geht nicht um ein Setzen, es geht um Erfahrungswerte. Also ich habe mir mal angeguckt, so wird sozusagen, wer hat auch geschichtlich wirklich relevante Utopien entwickelt und deswegen wollte ich einfach mal deine Meinung hören. Aber wir haben jetzt schon innerhalb der ersten fünf Minuten, ich weiß nicht, wie oft das Wort Erzählung oder Narrativ benutzt. Das finde ich ja sehr interessant, weil das ja nicht selbstverständlich ist, dass in Politik im Widerstand Erzählung so wichtig ist. Das deutet ja darauf hin, dass sozusagen der politische Prozess, Emanzipation, erst mal mit einem Narrativ beginnen wird, mit einer Art und Weise, wie erzählen wir die Welt. Ich vermute, du hast ganz bewusst, dass auch als Untertitel deines Buches gewählt. Naja, du machst ja auch nichts anderes als erzählen. Also nicht, dass ich das geringschätzen möchte, sondern du verwendest ja auch dein Leben als Autor und Publizist darauf, zu erzählen und zwar politisch zu schreiben. Also glaube ich, dass mindestens du hier auch davon überzeugt bist, dass das notwendig ist. Aber anders als du das jetzt gerade formuliert hast, würde ich sagen, es muss nicht vorher da sein, sondern es muss parallel gehen und es muss das aufnehmen, was da ist. Also das Begehren, das die Menschen artikulieren, die jetzt nicht, wie wir und vielleicht einige von euch im Journalismus arbeiten oder Bücher schreiben oder PolitikerInnen sind oder PfarrerInnen sind und von Kanzeln runtersprechen können, sondern idealerweise nehmen Erzählungen, die wir alle gemeinsam schaffen, nehmen eben auf, was wir überall hören. und ich habe das ganz konkret jetzt so gemacht, du kannst dann auch nochmal sagen, wie du arbeitest. Ich habe konkret recherchiert, weil ich Journalistin bin und einfach rausgehe und mit Menschen spreche, üblicherweise für Radiofeature und Fernsehfilme und auch für dieses Buch habe ich zum Beispiel PflegerInnen in Deutschland begleitet, an deutschen Krankenhäusern, die sich gesagt haben, wir wollen nicht mehr so arbeiten, wir lieben zwar unsere Arbeit, aber ich möchte nicht unter diesen Umständen arbeiten. Also ich habe mir diese Geschichten von diesen Leuten angehört und versuche, das dann zu bündeln. Eine Geschichte ist von Luisa, einer jungen Krankenschwester, die sagt, ich kann nicht so arbeiten, wie ich gerne möchte im Krankenhaus. Also ich muss nicht nur, dass die ganze Zeit die Klingel läutet auf dem Gang, sondern ich muss auch noch immer ständig alles dokumentieren, was ich hier mache. Dafür geht ein Drittel laut Schätzung meine Arbeitszeit drauf. Und ich möchte aber, jeder sieht es anders, sagt sie, ich möchte aber, wenn jemand die letzten Minuten in seinem Leben hat, möchte ich eigentlich, glaube ich, dass es gut wäre, wenn jemand dabei wäre. Und oft im Krankenhaus bei uns sind keine Angehörigen von diesen Leuten dabei, wenn die anfangen zu sterben. Und ich möchte da da sein, aber ich kann nicht, weil ich kann nicht in den Raum reingehen, weil es klingelt schon wieder woanders. Was mache ich dann, wenn ich sehe, das sind jetzt die letzten Minuten bei jemandem, ich stelle mich dann wenigstens in den Türrahmen mit meinen Akten und fülle die dort aus, damit der spürt, da ist noch jemand. Und diese Geschichten versuche ich aufzunehmen und das, was dort auch tatsächlich passiert. Also in Deutschland gibt es eine extrem erfolgreiche Bewegung von Pflegerinnen und Pflegern, die sagen, wir müssen uns wieder um die Bedürfnisse der Menschen kümmern und unsere Tätigkeiten hier sind total zentral für unser Leben und Überleben. Pflegen, sich um andere kümmern, trösten, auch die ganze unbezahlte Arbeit, die viele Frauen machen, kochen, putzen, waschen. Diese ganze Care-Arbeit, die ist enorm wichtig und die sind auch erfolgreich. Die Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland haben geschafft, innerhalb von acht Jahren effektiven Streiks, dass ihre Bezahlung jetzt nicht mehr nach einem profitorientierten sogenannten Fallpauschalen-System funktioniert, sondern ab nächstem Jahr wieder nach den Bedürfnissen und dass es Pflegeschlüssel für alle Stationsarten geben soll, nicht nur wie bisher für psychiatrische Stationen und Frühchenstationen. Das heißt, die waren total erfolgreich. In acht Jahren haben die die Profitlogik wieder umgekehrt und haben wieder eine Logik der Bedürfnisse etabliert. Und da gucke ich mir an und das muss, glaube ich, das müssen wir alles bündeln. Ich habe mir da noch Bereiche der Ökologie angeguckt, Bereiche der Willkommensbewegung und Asylhelfer-Szene, Bereiche, wo es sehr stark um eine freie Auslebung der Sexualität und des eigenen Geschlechterempfindens geht und das müssen wir, glaube ich, alles bündeln, denn das ist da und das ist ja das Schöne und nur dann kann eine Erzählung funktionieren, wenn sie an etwas anknüpft, was die Menschen tatsächlich erleben auch und wenn wir sie dann möglichst immer wieder wiederholen, alle in unserem Alltag, eine Erzählung von Solidarität und Empathie, wie du das ja auch machst, in diesem Buch hier, Hilfe, Hilfe, wo du dir verschiedene, aber vor allem im globalen Süden, Ideen der Solidarität und der Empathie auch angeguckt hast und diese Erzählung ist sehr viel realistischer als die alten Erzählungen, die wir haben, die Erzählung, wenn jeder für sich selber kämpft, dann geht es uns allen gut, die nicht zutreffen und die andere jetzt erfolgreiche und wahrscheinlich auch heute Abend erfolgreiche Erzählung, wir wollen ein gutes Leben nur für eine bestimmte Volksgemeinschaft. Jetzt habe ich etwas lange ausgeholt, ich hoffe, das war in Ordnung zum Thema Erzählung. Nein, du sollst ja lange ausholen, möglichst lange. Ich bin nicht ganz sicher, ob Empathie eine Erzählung ist. Ich würde sogar behaupten, Empathie ist Naturgegeben und wir müssen uns angucken, was in der Gesellschaft Empathie und in den politischen Strukturen Empathie verhindert. Aber ist es nicht so, dass das ja ein Arbeiten ist sozusagen im eigenen Umfeld, was du gerade beschrieben hast, die Pflegerinnen, wie sie dafür kämpfen. Ich fand die Szene auch deswegen sehr interessant, weil man sieht, was für innere Zwänge bei denjenigen, die unsicher sind, kann ich es mir erlauben zu streiken. Leute, die hin- und hergerissen sind zwischen den Bedürfnissen, den Idealen und gewissen Ängsten, gewissem Druck von außen. Aber es braucht noch etwas mehr. Ich habe Erzählungen auch so verstanden, wir brauchen sozusagen ein Narrativ eines anderen Gemeinwesens. Und dieses Narrativ muss ja dann, glaube ich, tatsächlich profunde erzählt werden, als nur die, also nur in Anführungszeichen, als die natürlichen Bedürfnisse, die wir haben. Liebe, Empathie, sich gegenseitig schützen, sich gegenseitig anerkennen und respektieren. und da suchst du ja sozusagen auch nach, ich würde sagen, auch nach einer neuen Sprache, die da gerade entsteht. Ja, ich würde gar nicht sagen, nur Liebe und Gesundheit und Fürsorge und diese Dinge, sondern ich finde, das ist, also gerade, wenn du danach fragst, wie wir sprechen, dann finde ich das sehr viel sinnvoller, wenn wir uns darum bemühen, eine neue Erzählung zu kommunizieren, zu sagen, ich will ein gutes Leben für alle, mit sauberer Luft zum Atmen, kostenlosem öffentlichen Nahverkehr, guter Pflege, hohen Löhnen, weniger Zeit für Erwerbsarbeit, also zum Jobben, damit ich mehr Zeit zu Hause habe, um mich um meine Familie, meine Freundinnen und um Politik zu kümmern. Also ich finde, und das, wenn das jemand auch macht und beherzigt, dann ist das Elia Trojanow in einer sehr einfachen und klaren und präzisen Sprache zu sagen, was unser Begehren ist und ich glaube, das ist sogar, also diese Erzählung gibt es noch nicht, es gibt ein paar, es gibt natürlich Parteien, es gibt Bausteine und es gibt auch Begriffe dafür, manche sprechen von einer sozial-ökologischen Transformation, ich weiß nicht, wie attraktiv das klingt, ich glaube nicht, oder von einem demokratischen Sozialismus, das macht so die Linke und die Linkspartei in Deutschland, ich weiß nicht, wie attraktiv das klingt, also ein Ismus klingt für mich nicht danach, dass sich möglichst viele Menschen daran beteiligen, aber bleiben wir doch mal bei gutes Leben für alle, das glaube ich, klingt ja erst mal sehr einladend, oder? Manche sagen, es könnte auch Angela Merkel sagen, es ist so ein commonplace. Ja, genau, aber genau darauf wollte ich hinaus, sozusagen der erste Satz, den könnte wahrscheinlich in einer Sonntagsrede jeder sagen, aber der zweite Satz müsste ja dann lauten, wie kommen wir da hin? Und dann vermute ich, werden wir ganz, ganz schnell ganz große Unterschiede haben, das heißt dieses, also man hat sozusagen das Schlagwort, man hat eine eine Metapher, ein Symbol, vielleicht ein poetisches Bild und dann muss man doch sozusagen die Erzählung finden des nötigen Widerstandes und der nötigen Strukturen, um da hinzukommen und da sind wir ja gerade, oder? Ja, da habe ich jetzt auch keine Antwort darauf, wie das geht. Ich glaube, erst mal müssen wir herausstellen und das machen gerade viele dadurch, dass sie in Initiativen und auf der Straße und in anderen Orten ihre Begehren artikulieren. So, das ist der erste Punkt. Das heißt, die Frauen gehen auf die Straße, weil sie im 21. Jahrhundert mal als Menschen betrachtet werden wollen. Die Jungen gehen auf die Straße, weil sie im 21. Jahrhundert noch leben wollen. Die Menschen fahren ins Mittelmeer, weil sie nicht akzeptieren, dass Menschen da ertrinken, wenn sie von einem Kontinent auf den anderen rüberfahren und helfen denen. Also wir haben eigentlich ganz viele Grundbedürfnisse gerade in hohem Maße artikuliert auf der Straße. Wie bündeln wir das jetzt? Also ich glaube, dazu ist eben das Mittel der Erzählung gut, nämlich, dass wir alle anfangen, uns andere Geschichten und zwar eben erst mal so unkonkret ein politischer Entwurf ist, aber uns Geschichten von Empathie und von Solidarität zu erzählen, dass wir uns nicht mehr die Geschichte erzählen, ja, da hat mal wieder jeder an sich selber gedacht. Ja, diese Momente gibt es, aber es gibt auch die anderen Momente und ich glaube, wir müssen anfangen, da ein anderes Menschenbild zu schaffen. Wir haben ständig Momente der Solidarität. Wir haben in Deutschland, ich kenne jetzt die Zahlen für Österreich nicht sieben Millionen Menschen, die in den großen Wohlfahrtsverbänden arbeiten, wie zum Beispiel meine Mutter, die singt da mit Ehrenamtlichen und leitet da einen Chor, nicht mit Ehrenamtlichen, sondern als Ehrenamtliche mit Demenzkranken. Wir handeln im Alltag solidarisch, wir trinken mit dem besten Freund nachts drei Stunden in der Kneipe oder fünf Stunden, weil der Kummer hat. Das machen wir nicht in der Hoffnung auf Karma-Ausgleich im nächsten Leben. Was ich einen sehr schönen Beleg für das, was du gerade erzählst, finde, sind Nachrufe oder Grabsteine. Da steht ja niemals, er war Abteilungsleiter bei KIK, hat es geschafft, 112.000 Euro im Jahr zu verdienen, konnte sich dreimal im Jahr als Rentner eine Kreuzfahrt leisten und hat darüber hinaus gelegentlich seiner Frau eine Ohrfeige gegeben. Das steht ja niemals, sondern es steht ja da, er hat sich liebevoll um seine Kinder gekümmert, er war beim Roten Kreuz aktiv. Es stehen sozusagen, so wie man in Erinnerung behalten werden will, von den Nachkommen, stehen eigentlich all die Sachen, die offenbaren, was eigentlich wirklich wesentlich ist für den Menschen und wie sehr diese ökonomischen Faktoren eigentlich irrelevant sind vor dem entscheidenden Gericht, nämlich, was hast du mit deinem Leben getan? Ja, Ilja Trojanov beschreibt das auch so schön in einem Satz, also in der bisherigen Erzählung, wenn du da deinem behinderten Sohn einen Filterkaffee reichst, dann bist du eine Null, wenn du aber deinem Chef einen Espresso reichst, dann bist du ein Assistant. Wertvoller Assistant. Wertvoller Assistant. Ja, ich glaube, wir dürfen natürlich diese ganzen anderen Seiten und vor allem, wenn der Gestorbene seine Frau geschlagen hat, die dürfen wir natürlich nicht ausblenden und ich will auch gar keine rosa-rote Brille aufsetzen, ich will nur da, wo faktisch solidarisches Handeln da ist, da möchte ich drauf deuten und da halte ich es für notwendig, dass sich als progressiv Verstehende oder als linksverstehende Menschen oder Menschen, die an einem guten Leben interessiert sind, das stärker betonen und wir erzählen uns die ganze Zeit Geschichten, wir erzählen Geschichten seit der Menschheitsgeschichte, am Lagerfeuer, am Kinderbett, im Büro, in der Kantine, wir erzählen Geschichten eben manchmal auch von einer Bühne aus oder von einer Kanzel aus als PfarrerInnen oder von einem Parlament aus oder auf der Straße, wir geben uns ständig Werte weiter und da ist eben die Frage, erzählen wir weiter die Geschichte, wenn sich jeder um sich selber kümmert, dann ist für alle gesorgt oder erzählen wir eine andere Geschichte, also diese Geschichte, diese Neoliberale der letzten 30 Jahre an, die glaubt ja auch wirklich eigentlich keiner mehr, es traut sich auch fast niemand mehr aus, die wirklich zu sagen, außer vielleicht hier die Neos und bei uns die FDPler, aber sie existiert trotzdem in vielen kleinen Geschichten weiter, also wenn du genügend Steve Jobs Biografien liest, dann schaffst auch du es out of the garage, wenn du deinen Körper genug tunest, dann überreicht dir Heidi Klum ein Foto oder wenn du genügend Mut hast, mit so einem Wingsuit von einem Gipfel zu springen, dann kriegst du Ruhm und Flügel durch Red Bull, also diese ganzen kleinen Geschichten umgeben uns die ganze Zeit und wir können anfangen, alle ständig andere Geschichten zu erzählen und ein letzter Punkt zu der Umsetzung und wie wird daraus eine politische Erzählung, dass neben diesem alltäglichen Erzählen und diesem anderen Blick entstehen auch gerade andere Strukturen, wo sich die Leute selber, wie das beschreibe ich auch und einige habe ich mir auch angeguckt, wo sich Leute wieder selber ermächtigen, auch auf eine institutionelle Art und Weise, also im Bereich der Fürsorgearbeiten, also kochen, putzen, pflegen, waschen, das alles, der Carearbeiten entstehen Care-Räte. In Freiburg zum Beispiel einer, wo Menschen sich einfach zusammentun und sagen, wie wollen wir eigentlich hier Fürsorge organisieren und da sind ziemlich viele junge Frauen auch dabei, die haben sich erstaunlicherweise erstmal das Thema Altenpflege gesucht und haben gesagt, wie wird das hier in Freiburg organisiert und wie viele Leute arbeiten da eigentlich und wie wollen wir eigentlich das organisieren? Wollen wir das eher privatwirtschaftlich machen oder wollen wir das irgendwie gemeinschaftlich oder staatlich hier organisieren? Das Gleiche gibt es auch im Bereich der Ernährung. Es gibt im deutschsprachigen Raum zwei Dutzend Ernährungsräte, das heißt, da tun sich Leute zusammen und sagen, wie wollen wir uns ernähren? Wollen wir uns eher regional ernähren oder wollen wir Produkte und Orangen aus dem globalen Süden, wo Menschen dafür versklavt werden? Im Bereich des Klimas gibt es Klimaräte und die nennen sich auch nicht zufällig Räte, manche nennen sich sogar dezidiert Räte in Anlehnung an die Räterepubliken, die wir vor 100 Jahren hatten, zum Beispiel in Bayern, wo ich herkomme, einen von 28 Räterepubliken in einem Flächenstaat sogar. Das heißt, das war eine andere Art von Demokratie damals, also das war ja in einer Umbruchssituation und die Menschen haben sich zusammengetan, erst mal so, wie es naheliegend war, nämlich Vertreter gewählt dort, wo sie ihren Alltag hatten, also in den Betrieben, Betriebs, also wie nannten die das damals, Arbeiterräte in den Kasernen, die Soldatenräte, die Gelehrtenräte an den Unis und so. Das Problem damals war, Frauen waren außer im Krieg danach entweder nicht berufstätig oder sie arbeiteten anders als Dienstmädchen vereinzelt in Haushalten, das heißt, die konnten sich zum Beispiel überhaupt nicht gut so organisieren, da war die Rätedemokratie nicht so, in dem Moment nicht so förderlich, aber im Prinzip ist es eigentlich schon was sehr naheliegendes und war auch damals einfach naheliegend, weil du wählst Vertreter und Vertreterinnen dort, wo du die Leute kennst. Das heißt nicht, wie jetzt heute alle vier oder fünf Jahre von, oder vier Monate, von einem Wahlplakat, eine Person, die du noch nie selber getroffen hast, sondern du wählst Vertreterinnen, deine Kolleginnen und Kollegen und die vertreten dich dann weiter. Das wurde nicht weiterentwickelt, dieses System, aber das entsteht gerade in diesen total elementaren Bereichen wie Fürsorge, Ernährung, Klima. Diesmal nicht an die Zunft gebunden, sondern die Leute tun sich dort spezifisch nach Themen zusammen. Aber da entsteht sogar schon so eine Art Institutionalisierung, die dann einflussgebend wirken könnte. Das ist überhaupt nicht ausdiskutiert, wie das funktioniert, ob die dann kommunale Parlamente beraten, ob die Initiativrechte irgendwann haben, ob die Veto-Rechte haben oder so, aber es ist eine sehr viel basisdemokratischere Möglichkeit, unser Begehren auszudrücken. Ich finde das extrem wichtig und interessant und ich glaube, eine der dominanten Erzählungen, gegen die wir vorgehen müssen, ist ja, dass es nur eine bestimmte Form von Institution gibt, nämlich die Bürokratie. Ich glaube, jede Gesellschaft braucht Institutionen, nur es gibt so viele andere Formen. Du hast gerade eine beschrieben, verschiedene Räte, die dann auf verschiedenen Ebenen Entscheidungen fällen, eine sehr direkte Form der Teilhabe der Menschen. Es gibt auch andere denkbare Form der Basisdemokratischen Institutionalisierung, aber im Moment gibt es ja sozusagen nur entweder die hierarchische Bürokratie oder dann die noch übrig gebliebenen Ideologen des Neoliberalismus, überhaupt keine Institutionen, der sogenannte freie Markt. Und das wäre doch zum Beispiel wirklich eine, glaube ich, zentrale Erzählung, die man jetzt neu, und was ich interessant fand gerade an deinem Rückblick auf das Jahr 1919 ist ja, dass das Utopische oder das Progressive ja immer auch einen Moment der Archäologie mit sich enthält. Also nicht vergessen, wir hatten ja schon immer wieder in der Menschheitsgeschichte großartige Projekte, die man sozusagen wiederbeleben kann. Ja, und ganz konkret ein Pfleger an der Berliner Charité, also dem Krankenhaus, wo ich die Streiks begleitet habe, der hat mir gesagt, um den Streik zu organisieren, haben wir uns angeguckt, wann hat denn so eine Mobilisierung gut funktioniert in der Geschichte? Dann sind wir auf die Räterepublik gekommen vor 100 Jahren und jetzt ist etwas völlig Neues entstanden an diesen Krankenhäusern, nämlich eine andere Struktur auch. Die haben gesagt, also bei diesen jüngsten Streiks der letzten Jahre, wir streiken jetzt nicht mehr so, dass da irgendwelche Vertreter von der Gewerkschaft Verdi kommen, so zehn Leute in Westen und die vertreten jetzt uns, sondern jede Station wählt Delegierte von ihrer Station und die geben dann die Interessen weiter in ein Gremium, das dann weiter über Tarife verhandelt, über Personalverhältnisse und überhaupt Arbeitsbedingungen so, weil die kennen sich genau aus, die wissen, wie viele Leute sind nachts in der Schicht, nämlich nicht drei, sondern eine Person, die wissen, was können denn genau irgendwie die Hilfskräfte, die wissen aber auch, wie hoch ist denn unsere Streikbereitschaft auf der Station und plötzlich entsteht dort etwas anderes, die vertreten sich selber und das wurde auch noch mal parallel dazu in den USA gerade entwickelt, wirklich als eine neue Art der Organisierung in Gewerkschaften auch und das wird in den nächsten Jahren auch in anderen Branchen stattfinden, dass sich die Leute selber dort ermächtigen und die haben eben lustigerweise, und ich war wirklich überrascht, zurückgeblickt und haben gesagt, wo hat denn das gut funktioniert? Aber dein ganzes Buch sind ja laute Geschichten einer Reise von Ohnmacht zur Ermächtigung und ich glaube, was wir auch erzählen Nicht immer mit gutem Ausgang, das glaube ich, hätte man nicht anders erwarten können, aber zumindest die Stoßrichtung, die Sehnsuchtsrichtung. Wir müssen ja in irgendeiner Weise ja auch glaube ich erzählen, was da alles an Beglückendem passiert. Im Moment sind ja viele dieser Diskussionen in irgendeiner Weise dichotomisch so ausgerichtet, wir müssen irgendwie als Wohlhabendere uns geiseln, was aufgeben, wir müssen quasi leiden, damit die Welt besser wird. Es wird, glaube ich, für die Spießbürgerin absichtlich so formuliert, dass all das, was progressiv ist, in irgendeiner Weise mit einer Art, mit einer Art Opferkult zusammenhängt. Und was ja viel zu selten ausgesprochen wird, was in deinem Buch ja auch immer wieder kommt, diese Ermächtigung ist ja auch wirklich Lebensinhalt und ist Beglückung. Und diese sozusagen andere Formen oder wesentlicheren Formen von Beglückungen, die man erfährt, zum Beispiel, wenn man mit anderen zusammen etwas gestaltet, das müsste man doch eigentlich stärker ins Bewusstsein rücken. Ja, unbedingt. Wir müssen diese Geschichten feiern und verbreiten und wirklich auch uns weitererzählen, diese Geschichten von Empathie. Aber natürlich nicht ohne zu erwähnen, dass gerade Pflege und Fürsorgearbeiten momentan unter einem, unter enorm prekären Umständen stattfinden. Ein Drittel aller Erzieherinnen hat ein Burnout, also ist von Burnout geplagt. Und Frauen zum Beispiel machen zwei Drittel der Hausarbeit, übernehmen die und meistens zusätzlich zu einem Job. Also wir können nicht nur Geschichten natürlich des Glücks weitertragen, weil gerade in diesen sensiblen Bereichen und in diesen Bereichen der Solidarität geht das einfach auf Kosten von Menschen und von Menschen leben. Nicht zuletzt, wenn dann Leute blutig entlassen werden in Krankenhäusern, um jetzt mal bei dem Themenbereich, weil wir den heute angesprochen haben, zu bleiben. Und einige müssen natürlich schon auch verzichten. Also du hast von uns hier als Wohlhabenden gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir alle hier wohlhabend sind, ob hier nicht auch Grundsicherungsbezieherinnen unter uns sind und Menschen, Ich meine natürlich die Gesellschaft das Ganze, das ist klar. Ja, aber die Gesellschaft als Ganzes, die gibt es ja auch so nicht. Doch, natürlich gibt es die. Nicht in dem konkreten Sinn, den wir jetzt hier benennen. selbstverständlich, es gibt ein Grundniveau einer Gesellschaft. Ich meine, du kannst doch nicht im Ernst behaupten, Österreich und Kongo hätte sozusagen nicht eine ganz existenzielle Grundunterscheidung, was sozusagen die Basis und die Versorgung der Bevölkerung ist. Und das betrifft dann wirklich alle. selbst arbeitslos und arm zu sein in Österreich, ist was völlig anderes als im Kongo, arbeitslos und arm zu sein. Dann differenzieren, bitte? Ich will nicht immer über Bulgarien reden, aber danke. Dann differenzieren wir jetzt an dieser Stelle, dann machen wir es konkret und dann sagen wir, also du sprachst von den Wohlhabenden, dann müssen wir sagen, okay, wir sind im globalen Norden, selbstverständlich, da hast du total recht, wohlhabend gegenüber dem globalen Süden und trotzdem gibt es natürlich Ausbeutungsverhältnisse im globalen Norden und Menschen, die, wie du das schreibst in deinem Buch, der überflüssige Mensch, zu überflüssigen erklärt werden. Wir haben, ich weiß jetzt nur die Zahlen für Deutschland, auch in Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht und das mag keine Armut sein, wie auf dem afrikanischen Kontinent in einigen Ländern dort, trotzdem ist es ein sozialer Ausschluss hier, wenn du nicht mit ins Kino und mit ins Schwimmbad gehen kannst. Jeder fünfte Haushalt in Deutschland ist auch diesen Sommer wieder zu Hause geblieben, weil sie sich keinen einwöchigen Urlaub außerhalb von zu Hause leisten können. Die ärmere Hälfte in Deutschland verfügt über drei Prozent des Vermögens oder wie du das sagst in einem Beispiel, das fand ich auch krass, in einem Jahr, ich glaube, das war 2012, haben zehn Hedgefondsmanager so viel verdient, dass wir davon 400.000 Pflegerinnen und Erzieherinnen bezahlen könnten. das heißt, wenn wir von einem guten Leben für alle sprechen, dann wird das einige schon auch treffen und das finde ich auch wichtig zu benennen, dass das schon auch Verzichtsmomente für diese Leute haben wird und da müssen einige ihre Privilegien aufgeben und Aber ist das wirklich Verzicht? Naja. Also wenn man sozusagen den Menschen das Überflüssige, was sie aufgrund ihrer pathologischen Gier zusammenraffen, wenn man ihnen das wieder wegnimmt, wieso ist das Verzicht? Also ich würde das Wort Verzicht eigentlich definieren als etwas, was man weggeben muss oder was einem weggenommen wird, was man wirklich benötigt. Aber wenn mir der begehbare Schrank lauter Sachen, die ich seit zehn Jahren nicht getragen habe, weggenommen wird, dann ist es doch kein Verzicht. Nee, nennen wir das gerne anders, wo wir eh über Sprache auch sprechen wollten. Aber das ist ja Teil der Erzählung, wir müssen ja die richtigen Wörter finden und die Rechte polemisiert ja ganz stark damit. Die sagt ja, ich würde alles weggenommen und natürlich stimmt das auf so vielen Ebenen nicht, dass wir das durchbenennen müssen. Ja, es werden einfach viele Leute ihre Privilegien aufgeben müssen und was ich jetzt, das ist jetzt ein leichter Themenschift, was ich dabei auch wichtig finde, ist immer zu sehen, wie die Fragen zusammenhängen, eben nicht nur die Frage von Reich und Arm, sondern auch die Frage von den Geschlechtern in Verbindung mit der Klassenfrage. Weil wenn wir wirklich sagen, wir wollen eine gerechtere Gesellschaft, dann heißt das eben auch, dass Männer zum Beispiel die ganzen Fürsorgearbeiten mit übernehmen müssen und dass die dann auch eben weniger Zeit haben für ihre Erwerbsarbeit und dementsprechend auch wahrscheinlich dort weniger verdienen können, hoffentlich nicht, wenn wir sagen, wir machen einen Lohnausgleich für Leute, die wenig verdienen, aber es wird, wir müssen eben glaube ich immer diese Verbindungen hinkriegen, also zum Beispiel auch die Frage von Ökologie und Geschlecht hängt fundamental zusammen, zum Beispiel in den Ursachen, also für die großen Klimaprobleme Fleisch als erstes sind zum Beispiel Männer mitverantwortlich, weil Männer doppelt so viel Fleisch essen wie Frauen. Auch Autofahren ist ein In Deutschland oder ist das global? Also global ist es so, dass Deutsche doppelt so viel Fleisch essen wie der globale Durchschnitt und deutsche Männer essen doppelt so viel wie deutsche Frauen. Das heißt, der deutsche Mann ist viermal schweinaffiner als der globale Durchschnitt. Genau, und hat viermal so viel CO2 zu verantworten. Auch das Auto ist natürlich immer noch ein Statussymbol des Mannes, nicht wahr? Nein, nein, ich gucke seit einiger Zeit immer, wer jetzt diese ganz fetten SUVs fährt und da sind ja erstaunlich viele Frauen hinter dem Steuer. Das stimmt. Das glaube ich stimmt so nicht mehr. Ach so, die können nichts dafür, dass sie verwöhnt werden. Und die Sache ist ja, sobald dann die ganze Familie im Auto sitzt, sitzt ja nicht mehr die Frau am Steuer, sondern dann sitzt ja auf jeden Fall der Mann am Steuer. Und auch diese Sache, dass durch viel zu enge europäische Großstadtstraßen so ein dickes SUV-Auto fährt, das wäre ja jedem lächerlich, wenn es nicht unsere Vorstellung von Männlichkeit gäbe, die so ein Dominanzgebahn braucht. Und auch noch in einem dritten Punkt, ja und auch das Fliegen natürlich als Klimakatastrophen Ursache, Natürlich gibt es auch Touristinnen, Kosmopolitinnen, die viel fliegen, aber hauptsächlich fliegen natürlich die männlichen Berufssoldaten, Berufsnomaden, Wir können uns doch einigen auf den Begriff Kapitalsöldner und dann haben wir beides drin. Ja genau, die hat dreimal die Woche von Zürich nach Hamburg fliegen berufsbedingt oder von New York nach Bangkok so. In den Ursachen hängen Ökologie und Geschlechterfrage zusammen, dann in den Folgen hängen sie zusammen, weil wenn wir irgendwo eine Dürre oder eine Überschwemmung oder sowas haben, sind wieder die Frauen diejenigen, die sich um Medikamente kümmern müssen, um Essen kümmern müssen, um Kleidung für alle kümmern müssen, das heißt in jeder Krise, ökologische oder ökonomische, gibt es immer einen Shift to the Kitchen. Am Ende liegt ganz viel Arbeit wieder bei den Frauen. Aber auch eine Ermächtigung der Frauen. Ich möchte nur ein Buch erwähnen, was ich unglaublich toll finde, von Rebecca Sownit, eine amerikanische Feministin und politische Schriftstellerin, das ist leider noch nicht ins Deutsche übersetzt, das nennt sich A Paradise Made in Hell und sie untersucht, was passiert, wenn alles zusammenbricht nach einer Naturkatastrophe, also Erdbeben, Katrina, Hurricane, Überschwemmung und so weiter und so fort, verschiedene Fallbeispiele und sie zeigt auf, dass genau, das ist nämlich wieder eine Gegenerzählung, genau das Gegenteil von dem behaupteten Chaos, Gewalt, Unordnung Sondern selbstorganisierte Formen treten dann an die Stelle und was ich hochinteressant fand, die Frauen, gerade weil sie so wichtig sind in solchen Momenten, gerade weil sie so zentrale Aufgaben übernehmen, haben dann eine viel zentralere Position. Das heißt, es gibt sozusagen quasi einen Reboot, einen sozialen Reboot und plötzlich sind die Frauen anerkannt als das, was sie sind, nämlich absolut existenziell und zentral für das ganze soziale Miteinander. Und sie sind ja auch, noch ein Punkt, den ich machen wollte zum Zusammenhang von Geschlecht und Ökonomie, sie sind ja auch im Widerstand fast immer diejenigen gewesen, die sich am längsten gewehrt haben gegen eine Ausbeutung, zum Beispiel, dass ihnen Kohle oder Öl unterm Arsch weggebaggert wird in irgendwelchen Regenwäldern oder so im globalen Süden, weil Männer sind oft verführt worden vom Kapitalismus, weil sie da die Jobs bekommen haben dann in der Kohleindustrie oder sowas. Auch auf eine Art nachvollziehbar, aber die Frauen sind eben ganz lange die gewesen, weil Männer oft Wanderarbeiter sind, die sind oft monatelang weg im globalen Süden, ganz häufig. Das heißt, in den Ursachen, in den Folgen und in den Widerstandsformen haben wir da einen totalen Zusammenhang und weitere Zusammenhänge bestehen natürlich in diesen anderen Fragen, also Geschlecht und Klasse und Geschlecht und Migration. Also mir ist es immer wichtig, das zu sagen und deswegen sage ich vielleicht kurz was zu dem Titel, warum das Tiefrot und Radikalbunt heißt, weil Tiefrot meint eben so ganz klassisch, ich war da nicht subtiler, die Klassenfrage, also Rot und Radikalbunt meint die Frage von einerseits Diversity, aber enthält auch einen großen Grünanteil wegen der ökologischen Frage und das Wichtigste ist eben dieses Und, also dass wir das immer zusammendenken, wenn wir überlegen, was wir erzählen wollen, also nicht die Arbeiterklasse gegen Klimafragen ausspielen und sagen, ja die interessieren sich doch gar nicht für diese Sachen, sondern dass wir immer sagen, die Sachen hängen zusammen, also ich kann nur materiell jemanden ausbeuten, wenn ich ihn vorher ideologisch ausgrenze, das heißt, ich kann Frauen nur schlechter bezahlen oder gar nicht für ihre Arbeit bezahlen, wenn ich sage, ja die machen ja aber auch diese Arbeiten alle total gern und aus Liebe und auch alle total gern unbezahlt, oder und ich kann auch Migranten nur in niedrigere Lohnklassen einstufen oder ihnen 1,50 Euro geben oder so, wenn ich sie zu anderen erkläre, also zu Gastarbeitern, das impliziert, die seien nur vorübergehend da oder wenn, ich kann auch den globalen Süden natürlich nur ausbeuten, wenn ich sage, ja das sind aber auch irgendwie grundsätzlich andere Menschen und die haben auch ganz andere Lebenserwartungen als wir und Anforderungen ans Leben, also diese ideologische Ausgrenzung, eine rassistische, eine sexistische, die ist immer notwendig für das materielle Ausbeuten, deswegen finde ich das so wichtig, die beiden Fragen, manchmal heißt es Identitätspolitik oder Klassenpolitik, ich finde das ist eins und das müssen wir glaube ich immer zusammen vermitteln. Stichwort Identitätspolitik, das ist ja direkt übersetzt worden aus dem englischen Identity Politics und das ist ja nicht nur positiv, in dem Sinne, dass es inzwischen ja gerade das gibt, wogegen du jetzt argumentiert hast, nämlich eine völlige politische Selbstgetoisierung, das heißt, dass man dann einem bestimmten Identitätsmerkmal die gesamte Aufmerksamkeit gibt und dann geht es nur darum, das zu erfechten, das heißt, eine Art progressiver Tribalismus auf Kosten dieser komplexen Vielfalt, die du gerade beschrieben hast und eines universellen Gedankens und ich bin da irgendwie jetzt ganz altmodisch, ich denke mir immer, alle wesentlichen Verbesserungen können nur von universellen Gedanken getragen werden, also was sozusagen nicht für alle gilt, ist Unfreiheit und Ungerechtigkeit und da gibt es doch, siehst du das auch, da gibt es sozusagen einen Teil dieser sogenannten Identity-Politics, gibt es eigentlich eher eine für mich bedrohliche Gegenbewegung zu diesem universellen. Wen bedroht das oder ich habe die Frage glaube ich nicht ganz verstanden oder weiß nicht, wen du da genau meinst mit diesen Bewegungen? Jede, jede Gruppe, die sozusagen das Gesamt, das gesamte Ziel ihres Wirkens auf die Selbstbehauptung ihrer kleinen Gruppe richtet? Ohne das zu verknüpfen, wie du es gerade gemacht hast, mit universellen Werten und größeren Zusammenhängen. Ja, also das ist ja auch eine große Debatte zum Beispiel innerhalb der feministischen Bewegung sozusagen, wir müssen da eben nicht nur an unsere Identität als Frauen denken, sondern auch überlegen, dass es auch Frauen unter uns gibt, die auch migriert sind, dass es Frauen unter uns gibt, die im Rollstuhl sitzen, dass es Frauen unter uns gibt, die früher mal Männer waren, dass es Frauen gibt, die sehr arm sind, dass es eben da, also natürlich ist das Hauptanliegen, dass wir das möglichst breit aufstellen, aber ich glaube, die größte identitäre Bewegung ist gerade eben genau jene und die für uns problematischste, dass es eben nur um eine Volksgemeinschaft geht, also um diese Art von Identität. Ja, aber um da ein bisschen provokant das zuzuspitzen, wo ist der Unterschied, ob man sagt, es geht mir nur um das Wohlergehen der Österreicher, deswegen bin ich jetzt Identitärer, oder es geht mir nur um das Wohlergehen der linkshändigen Lesben, sagen wir mal, um das jetzt ganz zu übertreiben. Sitzen die hier im Parlament, die Partei der linkshändigen Lesben? Nein, aber die Identitären sitzen auch nicht im Parlament, Gott sei Dank. Nee, aber Leute, die Politik in ihrem Sinne machen. Nein, aber es ist natürlich schon so, dass man in den anderen Parteien auch gewisse Identität, durch eine eingeschränkte Identität motivierte Gruppen hat. Und insofern ist das doch, also ich würde da aus meiner Sicht nicht unbedingt den großen essentiellen Unterschied sehen. In dem Moment, in dem man sich tribalistisch definiert, grenzt man doch eigentlich so, wie du es vorhin gesagt hast, grenzt man doch andere aus. Ja, also ich glaube, es braucht schon Rückzugsräume und autonome Räume für bestimmte Gruppen, wo sie erstmal lernen, sich zu artikulieren. Also, dass Menschen sagen, ich brauche irgendwie hier einen Frauenraum, das war für die Frauen in den 80ern enorm wichtig zu sagen, wir brauchen hier Räume, wo wir uns erstmal mit unseren Fragen beschäftigen können, ohne Einfluss von Männern. Das ist für bislang ausgegrenzte marginalisierte Gruppen enorm bedeutungsvoll zu sagen, wir können jetzt erstmal hier unter uns sprechen. Und dann geht es aber darum, wie einflussreich sind jetzt diese Gruppen und da haben wir ja jetzt nicht gerade das Problem, dass wir irgendeine Partei hätten, die sagt, wir treten jetzt nur für Frauenrechte ein und schaffen das Männerwahlrecht ab, wobei das auch gar nicht so schlecht wäre, weil die ja sehr viel extrem rechts wählen. Aber das ist ja gerade nicht unser Problem. das ist ja nicht das, womit wir zu hadern haben, sondern wir haben ja eigentlich zu hadern mit dieser Frage der Identität einer Volksgemeinschaft und die ist natürlich in einem hohen Maße viel mehr als die anderen Identitäten, ist diese Identität nur wirklich eine konstruierte? Also, weil ich habe also mit den Deutschen nichts gemein außer einen Pass, also die einen Deutschen hören Rammstein, die anderen hören Mozart und die einen, die lieben irgendwie Sushi und die anderen Schweinsbraten und wir haben nicht mal eine Sprache gemeinsam, weil auch in Salzburg und in Wien wird Deutsch gesprochen und wo anders in den Alpen auch. Also das heißt, es ist auch völlig kontingent, dass eine sogenannte Grenze zwischen Salzburg und München verläuft, wo nichts darauf hinweist, keine Sprachgrenze, kein Fluss oder irgendetwas dergleichen. Das heißt, das ist wirklich eine konstruierte Identität und warum ist sie aber so wichtig? Weil nur dadurch, durch dieses Bild lässt sich eine rechte Politik vermitteln. Wenn rechte Politik, also meine Definition ist, eine rechte Politik sagt, Menschengruppen sind unterschiedlich viel wert, also zum Beispiel Leute, also das hängt davon ab, ob sie mit Penis oder mit Vulva auf die Welt gekommen sind oder auf dem afrikanischen Kontinent oder auf dem europäischen Kontinent oder mit oder ohne Behinderung und oder mit oder ohne reiche oder arme Eltern und eine linke Politik ist für mich zu sagen, Menschen sind grundsätzlich gleich viel wert, auch Menschengruppen und ich strebe aktiv an, Zustände herzustellen, unter denen sie wirklich gleiche Lebensbedingungen haben und dafür kann ich ja irgendwie easy argumentieren und was machen jetzt Linke immer? Sie argumentieren halt und argumentieren, weil sie die Argumente auf ihrer Seite haben, weil es sich sehr schlecht begründen lässt, dass man Menschen unterschiedlich behandelt und die Rechten brauchen aber einen enormen ideologischen Aufwand, wie zum Beispiel eine Volksidentität, um zu begründen, warum sie Menschen unterschiedlich behandeln und dadurch sind sie aber enorm gut geworden, weil sie mussten sich in den letzten 30 Jahren der neoliberalen Erzählung 400 Thinktanks weltweit aufbauen, um zu sagen, wie, also ich vermische, ich nenne jetzt beide Rechte, die neoliberale Erzählung in dem Fall und die extremen Rechte Erzählung, um sie von der einer Linken abzugrenzen, sie mussten auf, mussten wirklich Kampagnen erarbeiten, sie mussten sich genau überlegen, wie, wie verkaufen wir diese Politik der Ungleichheit, auch eine Politik der sozialen Ungleichheit und da geht eben immer Erzählung mit einem materiellen Umbau einher, also die Etablierung der Agenda 2010 in Deutschland unter Rot-Grün, die wurde begleitet von einer Erzählung, also der Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte schon 2001 vor der Einführung der Agenda 2010, wo eben Hartz IV kam und der Niedriglohnsektor ausgebaut wurde, in der Bild-Zeitung Interview gegeben mit dem Titel, es gibt kein Recht auf Faulheit, das heißt, er hat Bilder entworfen von faulen Menschen, die die ganze Zeit zu Hause faul rumsitzen, im Unterhemd, Pizza essen, rauchen, saufen und nichts leisten, das zog sich dann weiter durch, es wurde von der faulen, von der Hängematte Deutschland gesprochen, vom Freizeitpark Deutschland, später wurde von Erwerbslosen in einem Atemzug mit Parasiten gesprochen, das war Wirtschaftsminister Klement 2005, ein Wort, das wir eigentlich aus dem deutschen Faschismus kennen, das heißt, das hat diesen materiellen Umbau immer total untermauert und deswegen sind aber halt auch neoliberale und extreme Rechte wahnsinnig gut darin, weil sie beschäftigen sich mit nichts anderem als mit der Kommunikation ihrer ungerechten Politik, sei es einer Identitätspolitik für eine Volksgemeinschaft. Also ich glaube, sie sind deswegen sehr gut darin, weil sie unfassbar viel Geld bekommen haben, das zu entwickeln. Ich habe neulich ein Buch von Jane Mayer gelesen, vom New Yorker Dirty Money, wo sie beschreibt, wie über 30 Jahre hinweg alle großen Oligarchen der USA wirklich Milliarden hineingesteckt haben in all diese Think Tanks, wo wirklich bis in die Unis hinein, in die Medien hinein, also wirklich die gesamte Öffentlichkeit korrumpiert wurde mit solchen völlig falschen Behauptungen. Also insofern ist da wirklich, das ist ein Beleg für die Gleichung, Macht ist gleich Geld, ist gleich Macht. Ja, oder du beschreibst ja auch wie die Bill Gates Foundation die UN sogenannten Entwicklungsprogramme fördert, die natürlich eine sehr einseitige oder bestimmte Art der Entwicklungspolitik ist, wo es wenig um Selbstermächtigung der Menschen dort geht, sondern stark darum, diese Märkte zu öffnen für transnationale Konzerne auch. Ja. Also da wir in der Zeit schon die erste Stunde hinter uns haben und ich letztes Mal gerügt wurde, ich hätte keine Fragen aus dem Publikum zugelassen, will ich natürlich im Sinne der Teilhabe und einer völligen Inklusion Sie einladen, auffordern, eine Frage zu stellen, wenn Sie mögen natürlich. Es gibt meiner Ansicht nach ein Recht auf Faulheit, es gibt auch ein Recht meiner Ansicht nach auf Schweigen. Das haben wir aber dann auch. Ja, ich kann Ihnen, was Sie da ausgeführt haben, sehr gut folgen. Ich werde, ich gebe Ihnen schnell das Mikrofon. Mein Name ist Daniel Kibicchenko und ich kann Ihren Ausführungen sehr gut folgen und freue mich, dass ich heute hier bin. Ich wusste von Ihnen nichts. Ich bin nur gekommen, weil der Treuernhof Gespräch führt und bin nicht immer mit ihm einverstanden, aber das macht ja nichts. Zu der Erzählung möchte ich sagen, da ist was passiert, nämlich seitdem der Ostblock weggebrochen ist, haben wir kein Feinbild mehr im Westen gehabt und mussten uns nicht mit dem messen. Und jetzt hat die Wirtschaft alles übernommen. Die Politik arbeitet ja nicht mehr für die Menschen, sondern für die Wirtschaft. Und die Frage ist, wie gelingt es wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu bringen und das sind Ihre Versuche hier. mit dem, was Sie da ausgeführt haben. Wir sind so verführt von der Technik, es ist so großartig. Es hilft uns aber kein Roboter im Kindergarten oder der Pflege, sondern wir brauchen den Menschen. Und die Frage ist, wie kann man etwas entwickeln und das ist diese Erzählung, der Mensch ist im Mittelpunkt und alles andere kommt nachher. Und die Verteilung der Erde, es ist ja kein Besitz. Wieso haben wir, wir plündern die ganze Welt mit unserem Wohlstand hier und wir haben nichts anderes als Kolonialisierung. Das, was jetzt ist, ist ein Wirtschaftskrieg, ein ganz enormer Wirtschaftskrieg, wo die Großen, die das Geld haben, da das Sagen haben. Ja, was mir da immer sehr hilft, ist so ein Bild, das eine feministische Kollegin von mir entwickelt hat, aus einem Kreis der Autoren des ABCs des Guten Lebens, von denen auch Michaela Moser da ist und eine Kollegin von uns, Ina Praetorius, eine Schweizerin, die hat dieses Bild entworfen und hat sich angeguckt, wie unsere Weltordnung eigentlich symbolisch geordnet ist durch die Bibel, durch Philosophen und hat eine Zweiteilung festgestellt. Also wenn wir hier eine Tafel hätten, dann wäre hier oben praktisch ideologisch gesehen, das haben eben Philosophen beschrieben, aber auch die Bibel wäre da die Ratio, das Kapital, die Männlichkeit, die ernste Politik, die seriösen Jobs und auf der anderen Seite wäre Emotio, die Liebe, die Liebesarbeiten, die Hausarbeit, das Soziale, die Frauen, die anderen Kolonisierten, weil sie von Kolonisierten sprachen, komme ich da gerade drauf, die Natur, die Migrantinnen und Migranten, der globale Süden und diese Weltordnung hilft mir immer sehr zu sagen, eigentlich gibt es diese Ordnung natürlich nicht, sondern wir alle stehen im Zentrum, die Natur steht genauso im Zentrum unseres Lebens, weil wir von ihr fundamental abhängig sind, wie Frauen, von denen wir fundamental abhängig sind, nicht nur, weil sie gebären können, sondern weil sie die ganzen Fürsorgearbeiten machen, genauso wie Menschen überall auf der Erde und das erkennen ja jetzt gerade zum Beispiel Fridays for Future, die haben ja wirklich eine globale Perspektive, eine global verantwortliche Perspektive, die sagen ja nicht für mehr Naturschutz, sondern die schreien Climate Justice, das heißt die verbinden diese Fragen von Gerechtigkeit und Ökologie und die sehen alle, die sich hier unten befinden, sind im Grunde die ausgebeuteten in dieser Weltordnung, die wir momentan noch haben und ich finde es sich immer wichtig, sich anzugucken, wie ist diese symbolische Ordnung, damit wir dann anfangen können, sie zu verändern und das alles ist in Wirklichkeit natürlich ein ganzes Durcheinander und kein oben und unten, aber es ist hilfreich zu sehen, bestimmte Gruppen sind auf einer Seite momentan dieser Weltordnung, die Natur, der globale Süden, die Frauen, Menschen mit Behinderung und auch viele Männer, die nicht klassischen Alphamännlichkeits Stereotypen entsprechen und eine Sache bei Männlichkeit, die mir dazu noch einfällt und die mir wirklich am Herzen liegt, ist, ich glaube enormes Potenzial liegt darin, dass wir ein neues Männlichkeitsbild entwickeln, also weil diese Männlichkeit, die wir momentan haben, die ist ja auch ziemlich traurig, die hetero Männer, so standardmäßig, ja, die dürfen eigentlich niemanden anfassen, außer ihrer Beziehungspartnerin schon mal, so. Okay, ihre Kinder noch, aber nur. Sagt wer? Sag ich. Ihre Kinder dürfen sie anfassen. Also hat nichts mit meiner Lebenserfahrung zu tun, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahrzehnten die Umarmung unter Männern, die befreundet sind, extrem zunimmt. Du hast auch ein rosa Hemd an und das meine ich jetzt nicht, nein, und das feiere ich, das feiere ich, wirklich, weil es, Männer dürfen überhaupt nicht in Erfahrung von Zärtlichkeit kommen, also in mehrfacher Hinsicht, sie dürfen keine zarten fließenden Chiffonkleider tragen wie Frauen, keine Kaschmir, zarten Kaschmirpullis, Seidenstoffe, sie dürfen nicht Nylonstrümpfe tragen, wie ich sie jetzt anhabe, dürfen, also sie können Nylonstrümpfe an Beinern etwas sehr Schönes überhaupt noch anfassen an einer Beziehungspartnerin, ja, und darüber streichen. Sie dürfen auch überhaupt nicht die klassischen, ich spitze jetzt zu, ja, die klassischen Heteromänner, sie dürfen eben nicht pflegen und trösten und fürsorgen, sie dürfen nicht auf der Parkbank, wie Freundinnen das machen, den Kopf auf den Schoß der besten Freundin legen. Sie dürfen nicht, wenn sie im Bus neben der Freundin sitzen, irgendwie mit dem Oberarm den anderen Oberarm berühren. Sie dürfen auch in der Regel, wenn sie sich umarmen, dürfen sie, also Männer sich umarmen, dann dürfen sie sich nur so ganz kurz umarmen und dann so heftig hinten draufhauen, damit das jetzt aber wieder beendet ist, ja, also es mag einen Wandel geben, fühlen sich da einige ertappt, ja. Das heißt, wenn wir Männlichkeit ausbrechen, wenn wir sagen, wir erlauben all dies Männern, dass sie auch ihre Fingernägel rot streichen, dass sie sich auch zart verhüllen dürfen, dass sie pflegen dürfen, dass sie Röcke und fließende Gewänder tragen dürfen, dass sie sich um andere kümmern dürfen, dass sie streicheln und trösten dürften, das würde, glaube ich, auch viele dieser Männer selber trösten. Und dann würden sie die Welt nicht mehr ausbeuten, wenn sie rotreaktierte Fingernägel haben. Erstmal wäre das natürlich, würde das wirklich fundamental unsere Arbeitsteilung ändern, wenn sie wirklich tatsächlich sagen würden, weil die Männer auch zur Maniküre müssen und daher keine Zeit haben, Geld zu verdienen. Und weil sie die Schönheit darin entdecken, die darin liegt auch für viele Menschen. Es müssen ja nur die machen, die es wollen, sich die Fingernägel lackieren. Aber schön wäre wenn Männer wirklich anfangen würden, unsere Fürsorgearbeiten zu übernehmen, zu pflegen. Wirklich, es ist ja auch der größte Angriff auf die... Aber da muss ich sagen, da hat der Herr nicht ganz recht. Der Roboter kann nämlich schon helfen bei der Pflege, weil wenn wir zunehmend befreit werden von stumpfsinniger, niedrigender, gesundheitsgefährdender Arbeit, was ja hundertprozentig passieren wird, zunehmend Automatisierung und wenn wir die einzige kapitalistische Antwort darauf, die es gibt, nämlich die Schaffung von Bullshit-Jobs, also erniedrigende Dienstleistungsjobs, die schlecht bezahlt werden oder erfundene, überflüssige Jobs, dann haben wir... Es gibt eine unglaubliche Freisetzung von Zeit, die dann, da bin ich völlig bei dir, unweigerlich dazu führen muss, dass Männer und Frauen sich die ganzen Fürsorgearbeiten und Haushaltsarbeiten teilen. Aber diese Befreiung, die sehe ich eigentlich ziemlich klar voraus, also wenn wir natürlich eine Transformation der Gesellschaft haben, aber da wird glaube ich der technologische Fortschritt schon uns auch helfen. Nicht automatisch, also ich glaube dazu... Nein, ich habe ja gesagt, wenn wir die Transformation, meinst du auch die ideologische, dass wir wirklich Männer ermutigen, diese Sachen zu machen. Und das Schöne daran ist, dieses Männlichkeitsbild, ja, das ist ein enormer Angriff auf das Männlichkeitsbild der extremen Rechten. Denn in dieser Vision gibt es nur ein Bild und da ist der Mann der, der kämpft, der führt und der erobert. Ja, aber da würde ich sagen, wäre der wichtigste Schritt die Abschaffung von Armee, weil das... Von mir aus auch. Nee, aber nicht von dir aus, sondern das ist ja da, wo diese Männlichkeitsrituale ja in jeder Generation perpetuiert werden. Und nicht nur werden sie perpetuiert, sondern sie werden ja als das Allerheiligste erhoben, nämlich die Verteidigung des eigenen Heimatlandes. Und Sport? Im Sport dürfen sich Männer übrigens schon berühren und übereinander herfallen. Also sie glauben gar nicht, wie viel man sich beim Ringen berührt. Also das ist männliche Zärtlichkeit per excellence. Aber sie dürfen dann im Fußball nicht schwul sein, ne? So, aber Entschuldigung, ja, wir kommen ab. Hat denn noch jemand? Ja? Ja, ich weiß nicht, ob ich ich glaube, ich brauche das nicht. Das Problem hat begonnen mit den Räten. Die Räte sind entstanden, weil es eine extreme Unterdrückung oder Ausbeutung, ja? Daraufhin steuern wir zu, sehe ich. Ja? Weil wenn statt drei Leuten nur mehr einer arbeitet, einer muss arbeiten. Wenn der nicht mehr da ist, dann bricht das System zusammen. Gut. Daraufhin haben sich die Räte entwickelt, wo es wahrscheinlich auch der Untergang der Sowjetunion war, weil die sogenannten Räte in der Sowjetunion als erstes ausgeschaltet wurden von der oberen Führung, ja? Weil schon der Bertrand Rassl schreibt in seinem schönen Büchern über die Wege zur Freiheit, dass der Kommunismus besser funktioniert, weil diese Partei nicht alles abdecken kann. Irgendwelche Chefs werden, oder Chefinnen auch, werden immer jegliche neuen Möglichkeiten, die sie gefährden, abdrehen. So ist es. Also gut, Räte ist eine gute Idee. Was war vor dem Patriarchat? Die Mutterrechtliche Gesellschaft. Und das war schon eine Verdrehung der Urgeschichte, ja? Mutterrechtliche Gesellschaften haben zwar gut funktioniert, ja? Aber als die Frauen begonnen haben, so sehe ich das, ja, sich mit den Männern zu verbünden und zu sagen, okay, wie machen wir das, dass wir Kinder kriegen, die Arbeit machen, und machen wir das gemeinsam und ihr beschützt uns, ja? Ihr großen, starken Ausgebildeten, ja? Da beginnt das Patriarchat und da beginnt das das eigentliche Problem. Weil in der Urgeschichte hat es das nicht gegeben, meiner Ansicht nach, dass da irgendwelche Frauen oder Männer vorherrschaftlich waren oder irgendwelche großartigen Sachen gemacht haben, sondern die Gruppe musste es gemeinsam lösen. Das war einfach überhaupt, das geht nicht anders. Die jungen Mädchen werden genauso gejagt haben und wir sagen immer, die Jäger und Sammler, in Wirklichkeit waren die Sammler, die 80 Prozent Nahrung gebracht haben und die Jäger, die 20 Prozent. Aber wir sind halt in der Kampfgesellschaft, ja? Und jetzt müssen die Frauen und die Männer bitteschön irgendwann so weit kommen, dass sie gemeinsam eine Erzählung schaffen, wie sie wirklich gemeinsam dieses Leben gestalten wollen. Wenn das nicht passiert, wird es eine schwierige Geschichte. Aber wie schaffen wir das, ja? Dass die Männer und die Frauen gemeinsam eine schöne Geschichte anfangen zu erzählen? Das ist ein tatsächliches, das ist das gesellschaftliche Problem. Ja? Also wir geben uns ja Mühe, oder? Hier eine Frau, ein halber Mann. Gratuliere. Ja, deswegen möchte ich auch alle Frauen inklusive mir selber dazu ermutigen, auch genau das, worüber wir gesprochen haben, anzustreben. Und natürlich müssen auch wir dann den Mann im fließenden Chiffonkleid zugespitzt mit dem Baby auf dem Arm auch feiern und dürfen den dann auch nicht verachten. Deswegen war das auch ernst gemeint mit der Gratuliere zu dem rosa Hemd. Also wir müssen uns natürlich auch daran beteiligen und einfordern und feiern, wenn Männer in der Erwerbsarbeit reduzieren und zu Hause bleiben und diese Tätigkeiten übernehmen. Also und darüber hinaus dürfen wir natürlich diese Diskussion nicht auf die Geschlechter eben verengen, sondern müssen eben auch fragen. Dann muss ein klassisches Hetero-Ehepaar eben auch diskutieren, zu welchen Bedingungen zu Hause das rumänische Kindermädchen und die polnische Putzfrau arbeitet. Und wie das ist, dass deren Ausbildung als technische Bauzeichnerin eigentlich nicht anerkannt ist in Deutschland, weswegen sie jetzt hier putzen muss. Und da kann man auch überlegen, ja, akzeptieren wir eigentlich dieses Schicksal einer Pässelotterie, wonach ich Glück hatte, in Deutschland mit einem guten Pass geboren zu sein und jemand anders das Pech hatte, in Bagdad mit einem schlechten Pass ausgestattet zu sein. Und was wäre, wenn es diese Grenzen, diese Pässegrenzen nicht gäbe? Zu welchen Bedingungen würden denn dann hier alle arbeiten, wenn die Ausbildung als technische Bauzeichnerin von der Putzfrau hier anerkannt wäre? Wer würde denn dann hier putzen und zu welchen Bedingungen? Also ich würde dafür plädieren, auch das weiter zu denken und nicht nur auf die Geschlechterfrage. Punkte Pass, da ich einen deutschen Pass habe, darf ich hier nicht wählen, obwohl ich hier lebe. Aber manche von Ihnen haben wahrscheinlich einen österreichischen Pass. Deswegen wollen wir sie nicht länger aufhalten bei ihrer bürgerlichen Pflicht. Ein Hinweis, was so schön passt zu dem, was gerade Julia Fritsch erzählt hat, am 4. Oktober im Ammerlinghaus ist eine Veranstaltung über Emmy Eckstein. Es ist interessant, dass gerade in den letzten Jahren ja zunehmend endlich erzählt wird von Frauen, die eine entscheidende Rolle bei künstlerischen oder politischen Biografien gespielt haben, die aus der Geschichte ausradiert waren, so natürlich auch bei der Linken. Und Emmy Eckstein war eine extrem umtriebige, extrem interessante, eigenwillige Person, die 1939 gestorben ist, eine Jüdin mit sehr vielen Kontakten und engen Beziehungen in die extreme Linke der damaligen Zeit. Also Ammerlinghaus, 1930, 4. Oktober. Wann wir uns wiedersehen, weiß ich im Moment gar nicht. Ich glaube, das weiß niemand. Aber ich hoffe, dass wir uns, oder wissen wir das? Wir werden uns, da kann ich antworten, wir werden uns bemühen, dass wir uns wiedersehen. Definitiv nicht hier, weil wie gesagt, wir sind ja jetzt schon eingebaut, in Plastik eingehüllt und diese Reihe hat heute in der Roten Bar die letzte Veranstaltung. Wie sie, nachdem du von deiner Reise zurückgekehrt bist, im neuen Kalenderjahr weitergeht, entnehmen sie unseren Ankündigungen. Wir werden noch einige Premieren rausgebracht haben, dann erstmal in die Halle E ausweicht. Also das sag ich. Und dann wollen wir auf den Heldenplatz umsiedeln, oder? Und dann auch ja, dann vielleicht auf den Helden. Also, das Buch gibt es wie immer auf dem Büchertisch, vorne links. Es ist schön gestaltet. Schön gestaltet und vor allem, was noch wichtiger ist, sehr lesenswert. Und ich vermute, dass du auch signierst. Ich habe mir extra dafür einen Füller gekauft. Ey, bunt, oder? Darf ich mich schon bedanken? Ja. Bunt. Nein, jetzt muss ich mich erstmal bei dir bedanken und wenn du unbedingt möchtest, kannst du dich jetzt auch bedanken. Ja, vielen Dank, dass ihr heute hierher gekommen seid, weil am Vormittag über Utopien zu sprechen, macht natürlich den Abend heute vermutlich noch härter. Deswegen vielen Dank. Und da wir beim Danken sind, das habe ich eingangs vergessen, danken wir auch unseren Unterstützerinnen und Unterstützern vom Institut von der Wissenschaft von Menschen hier in Wien, die uns helfen, diese Veranstaltungsreihe durchzuführen. Das soll hier noch gesagt sein an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Applaus